Achtung, der Salzburger, das Magazin für Männer. Der Wrangler Gladiator bzw. Jeep Gladiator ist ein neues Modell mit einem kräftigen Dieselmotor, klassisch sozusagen, mit sehr guter Zuglast und einem gewaltigen Drehmoment und bis jetzt haben wir sehr gute Resonanz. Natürlich ist das etwas Besonderes, weil es eben auf einem Jeep Wrangler basiert, das Fahrzeug, und das kommt ganz gut an.